540 kilometer soll der jet für 150 passagiere zurücklegen und das rein elektrisch so die pläne eines kalifornischen start-up unternehmens bereits 2021 könnte der erste prototyp abheben und norwegen plant sogar schon vollelektrische kurzstrecken flüge elektrisches fliegen also jetzt schon möglich jetzt bei klicks und science fiction herzlich willkommen und am ende des videos habe ich übrigens noch ein geschenk für euch von technology review in zusammenarbeit mit dieser coolen zeitschrift ist nämlich dieses video hier entstanden ja der trend in der luftfahrt der ist fatale und elektrisch betriebene flugzeuge könnten in bremsen auch wenn die triebwerke immer effizienter werden und das treibstoff einspart kann diese positive entwicklung das anhaltende wachstum des transportaufkommens nicht wiedergutmachen und so ist man mittlerweile davon weggekommen einzig und allein auf die entwicklung neuer triebwerke zu setzen um dieses problem anzugehen als möglicher neuer ansatz gelten jetzt hybrid antriebe bei flugzeugen die jets für 150 passagiere des kalifornischen start-ups right electric das rund 540 kilometer weit kommen soll will easyjet schon 2027 in seine flotte aufnehmen der zeitplan eines norwegischen flughafenbetreibers der sieht das für 2040 vor und da sollen die kleinen flieger voll elektrisch sein kleinere anbieter wollen das schon vorher schaffen wenn auch zunächst einmal mit kleineren modellen ein us-startup beispielsweise will schon in vier jahren seinen 16 meter langen hybridjet für zwölf passagiere in die luft bringen 1130 kilometer weit soll dieser jet kommen und das mit einem tempo von bis zu 550 kilometer pro stunde die betriebskosten könnten sich achtung um 80 prozent senken und zwar durch spritteinsparung und geringere wartungskosten der eher einfach gebauten elektroantriebe im vergleich zu herkömmlichen flugzeugen sei außerdem mit 75 prozent weniger lärm zu rechnen doch nicht alle fach leute auf diesem gebiet sehen die hybriden schon so weit vorne zumindest nicht in der nahen zukunft denn für sie sei die batterietechnologie noch gar nicht so weit der notwendige durchbruch dafür ließe noch auf sich warten so frank anton der chef der siemens e-aircraft sparte doch für komplett ausgeschlossen hält der division nicht jedenfalls nicht für alle bereiche außer für nischen wie den kurzstreckentransport in mega cities wird es in den nächsten drei jahrzehnten keinen vollelektrischen antrieb geben damit sind mini drohnen gemeint die kurze strecken vollelektrisch fliegen was technologisch schon komplett gelöst ist siemens dagegen arbeitet an dem sogenannten seriellen hybrid antrieb das projekt laufe auch schon und man erwarte eine echte umwälzung der luftfahrt bis 2020 soll dem plan zufolge ein hybridelektrische antriebsstrang in 170 regional flugzeug eingebaut werden und abheben siemens zufolge könnte dadurch der lärm effektiv gemindert werden und treibstoff im zweistelligen prozentbereich eingespart werden das prinzip sieht so aus ein generator im rumpf produziert strom er selbst wird durch eine gasturbine angetrieben die auf kerosin läuft der so produzierte strom treibt elektromotoren mit den rotoren an so dass die nötige leistung auf mehrere kleinere elektromotoren verteilt wird zu finden dann an heck oder am flügel was ganz neue formen in sachen aerodynamik und flugzeug design möglich macht die jeweilige batterie würde je nach einsatzgebiet des hybrid flugzeug aus gewählt und die turbine je nachdem wie viel elektrische energie für den flug gebraucht wird beim start würde der strom aus den akkus für einen extra schub sorgen die batterien könnten durch die turbine dann während der flugzeit wieder aufgeladen werden noch effektiver wäre es wenn der luftstrom im sinkflug die propeller bewegen würde und somit auch die elektromotoren diese fungieren dann als generatoren die die batterien wieder auffüllen das kennt man von elektro autos wo beim bremsen strom rekuperiert wird doch dieses konzept hat nicht nur vorteile sondern auch einen gravierenden nachteil die leistung wird in form von elektromotoren batterien und gasturbinen quasi dreimal verbaut und das bringt erhebliche gewichtsnachteile mit sich die große frage dazu lautet also können die vorteile die die verteilten elektroantiebe mit sich bringen diese gewichtsnachteile wieder ausgleichen noch kann die forschung dazu keine antwort geben ich sag mal vielen dank an technology review in zusammenarbeit mit der redaktion dieser ziemlich coolen zeitschrift die immer ziemlich weit vorne mit dabei ist ist dieses video entstanden und exklusiv für klicks um zuschauer habe ich jetzt ein geschenk ihr bekommt nämlich eine ausgabe gratis wenn ihr auf diesen link klickt das lohnt sich wirklich und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken so funktioniert fliegen oder nicht da erfahrt ihr warum fliegen nicht so geht wie es im unterricht meistens erklärt wird bis dann bleibt dran